In diesem Video geht es um die besten AEG Waschtrockner. Der Qualitätssieger in unserem AEG Waschtrockner-Test geht an den AEG L7 Wii 86605. Die Dual-Sense-Technologie passt die Temperatur- und Trommelbewegung sowie die Programmdauer an die verschiedenen Textilienarten an. Eine geringere Temperatur und die kontrollierte Bewegung bedeuten, dass Sie von Ihrer Feinwäsche bis hin zur Outdoor-Bekleidung in einem Durchgang alles schonend waschen und trocknen können. Die ProSense-Technologie passt automatisch die Länge der Wasch- und Trocknungsphasen an die Menge der Beladung an. Dank dieser praktischen und ökonomischen Programme sparen Sie Zeit, Strom und Wasser und dies komplett unabhängig von der Beladungsmenge. Das Non-Stop-60-Minuten-Programm benötigt nur eine Stunde, um kleine Wäschemengen zu waschen und trocknen. Dies heißt für Sie tragefertige Ergebnisse auf Anforderung. Profitieren Sie von der praktischen Möglichkeit, Ihre Wäsche zu pflegen. Übernehmen Sie die Kontrolle mit der Waschen-Trocknen-Taste. Wählen Sie ein Non-Stop-Programm, das Ihre Kleidungsstücke in einem Durchgang wäscht und trocknet oder wählen Sie einen separaten Wasch- und Trockengang. Größte Flexibilität Dieser Waschtrockner ist das einzige Gerät auf dem Markt mit der der Woolmark-Blut-Zertifizierung, sowohl für das Wasch- als auch für das Trocknungsprogramm. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der AEGT 9D77685. Das Fieber-Pro-System erkennt dank spezieller Sensoren die unterschiedlichen Textilien und misst den Grad der Feuchtigkeit. In Verbindung mit dem MixXL-Programm trocknet die einzigartige Sensorik Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe besonders gleichmäßig. Das absolute Care-System stimmt Temperatur- und Trommelbewegung auf die Art ihrer Textilien ab. Wolle wird flach in der Trommel liegend ohne überflüssige Reibung getrocknet. Outdoor-Bekleidung wird genauso viel Wärme ausgesetzt, wie erforderlich ist, um die wasserdichte Membran zu reaktivieren. Die Sensi 3-Technologie mit Wärmepumpe benötigt nur halb so hohe Temperaturen als ein Standard-Trockner bei bis zu 40% Energieeinsparung. Durch eine intelligente Steuerung der Luftströme wird synthetischen Stoffen so lange Feuchtigkeit zugeführt, bis auch Baumwolltextilien vollständig getrocknet sind. Durch spezielle Feuchtigkeits- und Temperatursensoren passt sich die Trockendauer und der Energieverbrauch an die Menge der Wäsche an. Der Preis-Leistung-Sieger in dem AEG Waschtrockner-Test ist der AEG L7 WB 65684. Die Dual-Sense-Technologie stimmt Temperatur- und Trommelbewegung auf die Art ihrer Textilien ab und macht dadurch eine schonende und sichere Pflege möglich. Durch spezielle Sensoren passt sich die Zyklusdauer sowie der Energie- und Wasserverbrauch an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung. Das Kombi-Programm 1 Stunde 1 Kilogramm verbindet die zwei Kurzprogramme Waschen und Trocknen miteinander. Sie können in 20 Minuten 3 Kilogramm Wäsche nur waschen oder in Kombination kleine Beladungen 1 Kilogramm von Mischwäsche ohne Unterbrechung in einer Stunde waschen und trocknen. Waschen und trocknen Sie Ihre Kleidung ohne von einem Gerät in ein anderes umladen zu müssen. Warum waschen, wenn Sie dampfen können? Die Pro-Steam-Funktion ermöglicht durch das Auffrischen mit Dampf, die Kleidung länger frisch und knitterfrei zu halten. So lassen sich Waschgänge und damit Wasser und Energie sparen. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.